ARD Text im Auftrag von Funk Karol, komm! ARD Text im Auftrag von Funk Was macht er jetzt? Unsportlichkeit! ARD Text im Auftrag von Funk Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox. Wir sind wieder beim FC FC Freiburg und haben Jorik Rave am Start. Servus! Das ist deine Revanche. Du kannst jetzt nachziehen. 1-0 steht für mich insgesamt. Jetzt steht die zweite Challenge an. Wir haben fünf Ball, fünf Positionen, fünf Schüsse. Karol ist ein Tor. Und da du Franzose bist, liegt der WM-Ball schon auf dem Elfmeterpunkt. Wie gemacht für dich, oder? Ich muss gewinnen. Aber ich mach's dir vor. Also ich starte die ganze Challenge, du liegst nach. Ja, wir fangen auf jeden Fall mal an. Los geht's! Geht los! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Karol, komm! Ich geb dir die Chance! Digga, du hast jetzt... Dann kommt so ein Ball! Ja, der erste war schon zu gut. Deswegen lach ich auch so laut. Der ist nicht leicht, gell. Ich hätt's von denen nicht gedacht, Digga! ARD Text im Auftrag von Funk Der Elfmeter ist rausgebracht. Der dauert so gut. Oh! Was war das, Alter? Was war das eigentlich? Junge, Junge. Da wusste ich selber nicht, was die macht. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Er hat mich mit dem Elfer einfach auf das ganze Konzept gebracht. Gell? Der war atemberaubend. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich dich so gut schießen sehe. Ich hab geübt, Leute. War Licht und Schatten. 3-0 bis... 3-1. 16 Meter. Ah, da wenig! 3-1. Oh, Mann! Der sah schön aus. 3-2. Ball von Karol. Mach das besser als ich? Ja. Handahme auf jeden Fall. Ah, sicher. 3-3. Und eins gegen eins. Das macht er, das macht er. Geht in Führung. Vier Tore. Sehr gut. Okay. Karol, bist du da? Wenn du noch mal so ein Elfer schießt, dann nicht. Nee. Oh, Junge! Hab ich gesehen! War auch nix. Wow! Gibt ihr? Ja! 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 Lächster Pass der Welt! Ja! 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 Okay, 5-3! 5-4! Ja, 5-4! Richtig, sorry! 5-4 steht's. Brava! Du brauchst nur zwei Tore zu gewinnen! Kein Problem, 5-3! Ich dachte, du merkst es nicht, weil... Wie du willst! Dann Karol! Hat er die Ecke! Ja! Man merkt's! Der Druck ist da! Druck wächst! Die letzten drei Welle! 5-4! Jawoll! Da war Karol auch noch dran! Junge! Fingersprichst du mal an da! Jetzt musst du beide machen! Zum Gewinnen! Oh, der sieht gut aus! Oh! Ja, der 5-5! Okay! Letzte Chance! Letzter Schuss! Jetzt Karol, komm! Nein! Was macht er jetzt? Oh! 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 Niemals! Oh! 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 Okay! Sexto! Er hat gewonnen! Applaus für dich! Es waren coole Tore dabei! Okay! Die Kickbox ist heute von der Tribüne aus! Ich leg mal vor! Nee! Okay! Du darfst nachziehen! Oh! Nee! In der Grenze! Nee! Aber hier natürlich mit super Aussicht aufs Stadion! Oh! Oh! Da war eng! Nein! Ja, das Problem ist, dass hier kein Rasen ist, von dem aus wir schießen! Ah! Ah! Das ist eher Street Soccer hier! Oh! Oh! Zweimal Kante! Ah! Das dauert nur ein bisschen! Die Distanz ist da! Aber jetzt... Oh! 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 Jetzt kommt der Fünfte! Kennst du's im Fußball, Fabi? Du verschießt Elfer in der 80. 90. 1-0 Gegentor! Ja! Guck! Ich sag das! Genau rein! Junge! Was ist da los? Sehr geil! Ich hab noch gesagt, Bro! 80. Elfer verschossen, 90. Gegentor! Kann nix machen! Das waren die Challenges gegen Jore Gravé! Er hat Karol ganz schön alt aussehen lassen! Karol! Ich bin noch 28 Jahre alt! Ja! Ist er nett! Aber der Mann hat Technik! Der Ball hat dir Glück gebracht, oder? Nimmst ihn nach Hause! Ja! Glücksbringer, oder? Ja! Glücksbringer! Das macht ihm Freude! Okay, das war's von uns! Abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst! Dich auf Instagram! Deinen Instagram-Namen nochmal! Jo, Rave! Genau! Einfach vorbeischauen! Ihr findet es auf jeden Fall! Die Kickbox auf Instagram! Und das war's von uns! Danke, Karol! Ach so! Ich auch noch! Dankeschön! Mach's gut! Wir sehen uns! Ciao! Ciao!